Normalerweise möchte ich hier sitzen und über positive Dinge bezüglich der Marke Xbox sprechen, denn Xbox hat mich eine sehr lange Zeit begleitet, durch meine komplette Gaming-Karriere, durch den YouTube-Kanal, wie man das Ganze auch einfach schimpfen möchte. In dem letzten Video haben wir darüber gesprochen, dass das große Xbox Games Showcase ansteht, im Juni ist es soweit, und wir die nächsten großen Kracher von den Xbox Game Studios zu sehen bekommen, der Galactic Division nimmt dazu, aber eben auch Bethesda Game Studios. Und jetzt sitzen wir hier, eine Woche später, und müssen darüber berichten, dass Xbox Studios schließt. Wichtige Studios, unter anderem das Studio, was für Hi-Fi Rush verantwortlich ist, aber eben auch für die Behavior-Within-Reihe, was sehr traurig ist und sehr schade ist, denn gerade Hi-Fi Rush hat doch gezeigt, dass sie wirklich Spiele machen können. Das Ganze hat aber einen kompletten Hintergrund bezüglich einer strategischen Richtung von Microsoft Gaming, denn ich bin der festen Überzeugung davon, das ist die Marke Xbox, dass wir hier nur noch über Xbox sprechen, weil das Ganze in aller Munde ist, das Ganze aber bereits intern auf Microsoft Gaming läuft und nichts anderes. Darüber werden wir aber heute ausführlich berichten. Bleibt dafür gerne am Start, wenn ihr bezüglich Xbox-Themen immer auf dem Laufenden bleiben wollt. Wenn das Ganze hier logischerweise nicht komplett durcheinander gerät, werden wir das Ganze halt kurz und knapp nacheinander halt abarbeiten. Also, als allererstes zum Beispiel, wie gesagt, Xbox schließt in vier Studios. Das sind dann einmal nämlich Arkane Austin, Tango Gameworks, Alpha Dog Studios und Roundhouse Games. Arkane Austin und im Roundhouse Games hat unter anderem zuletzt an Redfall gearbeitet. Das Spiel, was ja gerade zu Beginn zu seinem Release sehr umstritten war, es wurde halt sehr doll angekündigt. Das Ganze sah auch wirklich sehr gut aus, es ist so ein bisschen Far Cry in so einer Zombie-Welt. Am Ende war es dann schon ein großer, erschreckender Punkt, dass es nur mit 30 Bildern pro Sekunde läuft. Das Ganze hat man mit einem Aufkleber auf dem Cover versehen, dass die 60 Bildern pro Sekunde nachgereicht werden. Und im Allgemeinen konnte dieses Spiel nicht ganz überzeugen, weder Kritiker noch Spieler. Also, damit gesagt, es ist kein schlechtes Spiel, aber es hatte eben, wie gesagt, seine Probleme. Tango Gameworks war es in das Studio, was geschlossen wird, was zuletzt für Hi-Fi Rush verantwortlich war. Es hat Hi-Fi Rush auf den Markt gebracht, das Spiel, was in Shadow Drop war, letztes Jahr im Januar eingeschlagen hat wie eine Bombe. Und ich glaube, mit so einem Studio, wie man überhaupt nicht versteht, warum wird dieses Studio geschlossen. Aber man darf natürlich auch hier wiederum nicht vergessen, dass Hi-Fi Rush so gut das Spiel, aber auch eben war, kein Triple-A-Titel ist. Es ist eher ein super gutes Indie-Game oder irgendwie so ein Zwischending zwischen Indie-Game und Triple-A-Titel. Es war mega gut, es hat wirklich diverse gute, positive Kritiken bekommen, sowohl von Magazinen als aber eben auch von Spielern. Aber wie gesagt, zuletzt war dieses Tango Gameworks auch für diese Evil Wrist-In-Reihe verantwortlich oder eben für Ghostwire Tokyo. Also dieses Studio hat schon Spiele gemacht. Wenn man aber Hi-Fi Rush halt rausnimmt, ist das letzte große Triple-A-Spiel, was sie halt gebracht haben, schon ein bisschen länger her. Und bezüglich The Evil Wrist-In gab dort ja dann auch nichts mehr. Und AlphaDog ist ein Studio, das im Überwiegenden für Mobiles-Spiele verantwortlich war. Ja, diesbezüglich hat Matt Beauty, das ist der Xbox-Chef der Xbox Game Studios, er hat dann eben halt eine E-Mail losgeschickt an alle Mitarbeiter, in der er dann halt sagt, dass das Ganze damit zu tun hat, dass man eine Neupriorisierung von Titeln und Ressourcen halt nutzen möchte bei Microsoft und das Ganze darauf zurückzuführen sein. Es sind eben Mitarbeiter innerhalb dieser Studios, unter anderem im Arkane Austin, das auf andere Betester Game Studios. Die Mitarbeiter werden dort halt dann versetzt praktisch, die Studio wird geschlossen. Andere Mitarbeiter wiederum müssen aber eben auch gehen, das gleiche auch bei Tango Gameworks. Es werden dann Mitarbeiter halt woanders hingepackt, aber es werden eben auch Mitarbeiter nach Hause gehen müssen. Gleichzeitig sagte man auch in der E-Mail, dass Redfall zum Beispiel das letzte große Update bekommt und dann ist der Support bezüglich des Spiels halt komplett eingestellt. Ergo, da wird dann auch weiter nichts mehr kommen. Die Server dagegen für dieses Spiel, also für alle, die sich dieses Spiel gekauft haben, eben die Server dagegen, die werden natürlich weiterhin funktionieren. Es ist eben nur der allgemeine Support, also es kommen keine neuen Updates, keine Erweiterungen, keine DLCs oder ähnliches. Redfall ist ein abgeschlossenes Kapitel. Es funktioniert immer noch weiter für die, die das Ganze halt spielen wollen, aber an sich ist dieses Spiel und der Support dahingehend halt abgeschlossen. Die Marke Xbox ist ein sehr geläufiger Begriff. Jeder verbindet Xbox eben mit einer Spielekonsole. Es ist der Konkurrenz zur Playstation-Konsole eben. Und so verbindet man das Ganze miteinander. Ich bin aber der festen Überzeugung, dass bereits im Hintergrund das Ganze intern mehr oder weniger über Microsoft Gaming läuft und Xbox an sich gar nicht diese ganz starke Vertretung mehr hat, die man dann halt hat, sondern es ist einfach die Marke. Die Gaming-Sparte bei Microsoft nennt sich eben Xbox. Gelenkt wird das Ganze aber eben im Hintergrund durch Microsoft selbst. Und das Ganze ist eben deutlich präziser geworden, als man dann im Activision, als der Activision-Blizzard-Deal über die Bühne gegangen ist, ist das Ganze halt deutlich nochmal angestiegen in den internen Räumen meiner Meinung nach. Einfach, weil wir reden hier über 70 Milliarden Dollar. Und diese 70 Milliarden Dollar, das Ganze muss auch irgendwo erstmal wieder komplett eingespielt werden, damit du sagen kannst, du kannst hier wirklich von Gewinnen sprechen. Es ist nicht so, dass es Microsoft schlecht geht. Im Gegenteil, also das Unternehmen ist billionengroß. Aber wir reden hier eben natürlich auch von einem Cashflow, der herrschen muss. Der Xbox Game Pass läuft nicht ganz so, wie man sich das gehofft hat, beziehungsweise nicht in die Geschwindigkeit, in der man es sich vielleicht erhofft hat. Der Xbox Game Pass läuft soweit zufriedenstellend, aber es könnte eben deutlich mehr Abonnenten sein, als es dann vielleicht aktuell der Fall ist. Also musst du natürlich ein Umdenken mit sich bringen. Und ich bin der festen Überzeugung, dass man es bei Microsoft folgendermaßen für die Zukunft setzen wird. Es wird auch weiterhin eine Xbox-Konsole geben. Hier ist das Ganze aber vielmehr ein Fan-Service. Die stationäre Konsole, die Microsoft anbietet, ist eben ein Fan-Service. Man möchte damit eben seine treuen Xbox-Fans unterstützen, denn der Shitstorm, der meiner Meinung nach entstehen würde, wenn sich hier wirklich diverse Spieler ihre Bibliotheken auch fortlaufend aufbauen, und dann kommt man irgendwann mit der großen Bombe, wir produzieren keine stationären Konsolen mehr, dann fühlen sich viele Xbox-Spieler in den Arsch getreten. Und das wird einen großen Shitstorm geben über die Marke Xbox. Den kann man einfach nicht gebrauchen. Also wird man das Ganze auch fortlaufend so machen. Man wird wahrscheinlich im Vorfeld direkt die Stückzahlen in gewissen Maßen begrenzen, um nicht direkt so viel zu produzieren. Und da eben genau die Leute zu unterstützen und deckend mit Konsolen einzudecken, die diese Konsolen dann eben haben wollen. Man zieht sich aber aus diesem Konsolenkrieg, der dann halt da ist, komplett zurück. Es ist nur noch da, auf diesem eigentlichen Konsolenmarkt, die dann, ja, bei alle drei haben wir gesagt, da sind es berechtigt. Und die beiden starken Parteien sind dann im Nintendo und Playstation. Playstation hat sich da einfach wunderbar eingeordnet. Auch dort ist es eben so, dass man natürlich weiterhin mehr Geld einspielen muss, weil die eigenen Spiele, die großen Blockbuster, die eben entwickelt werden, immer teurer werden. Und da guckt man ja jetzt auch, dass man immer ältere Playstation-Spiele nach und nach auf dem PC halt portiert, um diese dann in verbesserter Form dort halt zu veröffentlichen. Und jetzt gerade ist aktuell auch im Gespräch, dass God of War Ragnarok dann eben auch auf dem PC portiert werden soll. Und das Ganze noch dieses Jahr eben angekündigt werden soll. Aber wir sind ja eben hier bei Xbox. So, ich gehe einfach davon aus, dass man, wie gesagt, sich auf der stationäre Konsole nur noch als Fanservice das Ganze nutzt. Und dass man dort wirklich jetzt guckt, dass man ein Handheld schafft für sich selber. Denn in diesem eigentlichen Sinne gibt es noch keinen wirklichen Handheld, nativen Handheld, den man dann eben halt nutzen kann. Und da ist Xbox dann im Vergleich zu Sony Playstation natürlich deutlich besser aufgestellt. Weil dadurch, dass man im Activision, Bethesda und die hauseigenen Xbox Game Studios in den Reihen halt hat, hat man natürlich die Möglichkeit, dass man sagen kann, wir haben den Xbox Game Pass. Dieser lässt sich dann natürlich durch eine Handheld-Konsole noch besser vermarkten. Microsoft hat nicht diese großen Blockbuster-Titel im eigentlichen Sinne, wie sie bei Sony der Fall sind, die sehr grafisch, sehr opulent dargestellt werden. Ähm, sie haben diese Spiele wie in Gears und so weiter. Auch ein zukünftiges Halo könnte natürlich grafisch deutlich opulenter sein. Aber um diese wirklich große grafische Pracht dann haben zu wollen, ähm, da hat man dann sowieso die PC-Spieler, die man bedient. Und alle anderen würden sich dann eine Xbox-Konsole halt zulegen. Man möchte dann aber ein neues Publikum durch den Xbox Game Pass halt aufgreifen, dass der auch weiterhin mit Abonnenten halt wächst. Einfach durch eine Handheld-Konsole. So sehe ich das Ganze, weil es sehr logisch ist, wo die Spiele auch nativ drauflaufen, aber auch in die Möglichkeit haben, unterwegs natürlich diese Spiele dann halt, wenn man sie jetzt nicht herunterladen möchte und sollte es nicht der Fall sein, dass sie nativ laufen, dann eben halt als Cloud-Variant. Aber ich gehe wirklich davon aus, dass man eine native Handheld-Konsole auf dem Markt nimmt, wo diese Spiele dann halt auch laufen, ohne dass ich irgendwas stream oder so, sondern ich kann diese Spiele wirklich herunterladen und spiele sie dann auf dieser Handheld-Konsole. Da gehe ich meiner Meinung nach sehr stark von aus. Es werden auch weiterhin Xbox-Spiele auf anderen Plattformen veröffentlicht. Wie das Ganze abgehalten wird, da bin ich mit mir selber auch noch im Zwiespalt. Wenn man aber so ein bisschen den Markt beobachtet, dann ist davon auszugehen, dass es im Moment erstmal bei kleineren Titeln, bleiben also große Spiele wie Gears, Halo als auch Forza. Das sind alles Spiele, die bleiben vorher erst exklusiv. Man wird aber den Markt beobachten und natürlich gucken, wie kommen weitere Spiele eben halt an. Und so werden auch zukünftige Spiele, sei es von Bethesda, sei es von Activision, auch den Weg auf Playstation- und Nintendo-Konsole finden, einfach weil man das Geld dafür eben auch benötigt. Man nimmt eh nicht mehr an diesem Konsolenkrieg teil. Man möchte seine eigene Konsole nicht mehr hier dahingehend irgendwie in den Battle schicken mit Sony, sondern es geht hier wirklich darum, das Unternehmen an sich, und da reden wir jetzt von Microsoft Gaming meiner Meinung nach, eben die sparte Xbox an sich dann halt zu festigen und das Geld halt wieder einfließen zu lassen, weil man hat jetzt eben zu viele Studios. Wie das Ganze dann halt zukünftig aussieht bezüglich des Xbox Game Pass. Sarah Bonds selbst sagt ihm, das ist Präsidentin von Xbox, sie sagt ihm selber, dass die zukünftigen Spiele, die man eben entwickelt, auch am Tag 1 ihrer Erscheinung in den Xbox Game Pass landen werden. Jetzt bin ich bezüglich Call of Duty da so ein bisschen im Zwiespalt, einfach weil man es nicht namenswert ernannt hat. Man hat nicht direkt gesagt, Call of Duty, dass der nächste Call of Duty Titel kommt am Tag 1 in den Xbox Game Pass. Natürlich kann man davon jetzt ausgehen, aber ich sehe das Ganze auch ein bisschen so, dass es natürlich viel Geld ist, was man sich da halt auch entgehen lässt. Denn es ist nun mal Fakt, wenn der Titel am Tag 1 seiner Erscheinung in den Xbox Game Pass landet, dann ist das vorerst erstmal gut für den Xbox Game Pass, hält der Titel aber eben nicht das, was er verspricht und das nicht auf Dauer. Dann wirst du natürlich die Abonnenten wieder verlieren, die du dazu gewonnen hast. Viele werden wahrscheinlich nur für einen kurzen Zeitraum das Ganze dann halt abonnieren und dann wieder rausspringen. Und dementsprechend ist das natürlich deutlich weniger Geld, als würdest du dieses Spiel jetzt für 70, 80 Euro halt anbieten und auch Xbox-Spieler müssten sich dieses Spiel jetzt für 70, 80 Euro kaufen. Natürlich hat man jetzt diesen Verkaufswert, der dann eben auch auf Sony-Konsole entsteht, weil man es auch weiterhin natürlich für die Playstation-Konsole veröffentlichen wird. Natürlich kommt da das Geld halt rein, aber rein logischer aus finanzieller Sicht wäre es einfach, den Titel nicht direkt in den Xbox Game Pass zu packen, gerne auch mit einer Verzögerung von vielleicht zwei, drei Monaten. Ich finde so drei Monate, 90 Tage später, dann kann er in den Xbox Game Pass wandern, aber dann hast du schon mal die Einnahmen, die halt zum Release stattgefunden haben einfach, um natürlich dahingehend auch wieder kostendeckend zu arbeiten. Ich gehe einfach davon aus, dass man auch zukünftig bei Microsoft weitere kleinere Studios, ob es bei Activision, Bethesda oder den Xbox Game Studios, schließen wird und sich da wirklich im Kern auf die großen Titel konzentriert, dass man diese vorangeht, weil man möchte natürlich jetzt auch die Spiele an den Mann bringen und dementsprechend möchte man natürlich jetzt auf die Entwicklung diverser Spiele vorantreiben, einfach um zu sagen, okay, wir schließen Studios, die jetzt als Beispiel sowieso an kleinere Spiele arbeiten, die brauchen wir jetzt nicht so groß und wir werden halt in den anderen Studios kleine Teams halt rausnehmen, die dann immer an einem kleineren Spiel arbeiten. Wir brauchen aber all unsere Kapazitäten, die wir haben für die großen Blockbuster-Titel, die sich bei uns in den Reihen befinden, sei es jetzt bei Bethesda, sei es bei Activision oder in den hauseinigen Xbox Game Studios, aber dass man die Teams halt so ein bisschen zusammenbringt, um die Entwicklung der Spiele so ein bisschen zu beschleunigen. Da gehe ich sehr stark einfach von aus. Ich glaube, vorerst bleibt alles ganz genauso, wie es halt der aktuelle Fall ist. Wir haben Vietnilmarkt weiter beobachten, man wird weiterhin Xbox-Spiele natürlich herausbringen. Es wird auch weiter Xbox-Konsolen geben, aber Xbox-Spieler sollten eben wissen, dass es diesen Konsolen kriegt, den gibt es nicht mehr. Microsoft wird weiter Spiele machen, aber viele zukünftigen Spiele werden auch auf Playstation-Konsole oder eben Nintendo-Konsole erscheinen, einfach weil man das Geld halt dafür benötigt und weil man eine ganz andere Zielgruppe durch eine eventuelle zukünftige Handheld-Konsole ansprechen möchte, als es dann der Fall ist. Man hat den Konsolenkrieg in dem Sinne verloren, ist jetzt halt so, man hat da auch meiner Meinung nach selber nicht so viel dran getan und dementsprechend wird das Ganze jetzt halt neu gewürfelt und man geht halt komplett neue Wege. Das ist meiner Meinung nach, ich bin auf der festen Überzeugung, dass gerade bezüglich der Studioschließungen Phil Spencer selbst gar nicht so große Auswirkungen darauf hat, weil einfach so viel Geld in den Reihen jetzt ist, dass das Ganze auch sehr viel von Microsoft gelenkt wird. Am Ende kommt das Geld auch da weg. Phil Spencer ist zwar so der Chef von Xbox, aber natürlich hat er auch immer wieder noch jemanden über sich, der sagt, okay, das und das und das muss kommen und wenn du die und die Ergebnisse dann eben nicht liefern kannst, dann greift natürlich der Große halt rein und sagt, das und das muss jetzt gemacht werden, dann sonst würde was, was ich auch immer passieren oder sonst müssen wir mit der Marke so und so umgehen oder wie auch immer. Dementsprechend hast du dann natürlich Begrenzungen und es ist einfach so, Microsoft muss Geld wieder einspielen und das sind die besten Möglichkeiten, die ich genannt habe, um dieses Geld wieder einspielen zu können. Schreibt mir gerne mal eure Meinung in die Kommentare, wie ihr das Ganze jetzt seht, die ganzen Studioschließungen und alles, was damit einhergeht, würde mich wirklich brennend interessieren. Der nächste Punkt, den ich sehr finde, ist das Xbox Games Showcase und welche Spiele uns da erwarten. Wir haben da schon drüber gesprochen. Ich gehe davon aus, noch zusätzlich nach neuen Recherchen, dass wir Perfect Dark vielleicht tatsächlich doch zu sehen bekommen. Ich gehe davon aus, dass wir einen Trailer zu sehen bekommen. Ich hoffe natürlich mehr, aber laut Jeff Grubb soll die Entwicklung dann doch ganz gut voranschreiten. So habe er das gehört und dass die Informationen, dass da viel durcheinander war und die Entwicklung eher schlechter läuft, dass das veraltete Informationen sind und alles andere, wie gesagt, Gears gehe ich von aus, dass es ihm gezeigt wird. Wir werden natürlich Gameplay zu spielen bekommen, die dieses Jahr für Xbox erscheinen werden, aber wie gesagt, einfach mal das bezüglich Perfect Dark. Wir werden auch über zukünftige weitere Xbox Videos das ganze Thema noch weiter auseinandernehmen. Es ist halt sehr viel, über das man da wirklich reden kann, aber ich denke, für zukünftige Videos ist dort das Ganze dann besser aufgehoben. In diesem Sinne sage ich vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Abonniert gerne den Kanal für weitere Xbox News. Ihr kennt das Ganze eigentlich auch. Gebt dem Video einen Daumen nach oben, aktiviert die Glocke. Ihr wisst einfach, was hier zu tun ist. In diesem Sinne, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, euer Zeus.